Seit mehr als 35 Jahren führt die Wärme- und Glühtechnik Grube GmbH weltweit Wärmebehandlungen an Schweißnähten aus. Komplexe technische Produkte und Anlagen unterliegen hohen Sicherheitsanforderungen. Die Widerstands- und Induktivglühverfahren der Firma Grube sorgen für die thermische Entspannung der Werkstücke bei Schweiß- und Montagearbeiten in großen Industriezentren, thermischen Kraftwerken und der Petrochemie. Zum Einsatz kommen eigens entwickelte und von der Wärme- und Glühtechnik Grube GmbH gefertigte Glühautomaten und Glühmatten.